Ich habe auch nur noch ein bisschen Leben. Ich bin auch gleich tot. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Ja, das war scheinbar nicht so gut. Ich habe nur noch 30. Das muss klappen. Überlebende retten? Wie? Welche Überlebenden? Da bin ich. Ach, da bist du. Hier ist eine Rohrbombe. Wo bist du? Kann mich bitte jemand kregen? Vielen Dank. Danke. Oh. Uiuiui. Warte mal, was kann ich hier? Habe ich hier irgendwas? Ich bin eine Rohrbombe. Hätte ich die Witch mit der Rohrbombe einfach vielleicht... Hätte ich nicht. Nein. Die kommt ja nicht an. Schlaße, das war es dann wohl. Warte mal kurz. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Achso, schade. Ich kann die hier nicht. Hey, Munition! Was ist das hier? Na, was zum Teufel ist das? Munition hier! Hier hat bloß 360. Die ist... Gar nicht mal so gut. Ich komm schon durch. Ne, die gefällt mir besser. Die hat 56. Muni. Oh! Moment. Ich glaube... Kann mich mal ganz... Äna, kurz schützen, ja, ne? Ja, scheiße. Muss mich verarzten. Hier sind was? Oh ja, ja. Geil. Wo sind die? Kommen die hier hoch? Stinke. Sprengen wir auf den Truck runter. Oh! Hilfe! Hilfe! Was machen die Typen da in den Anzügen? Let's go, ich schaff das, sagt Jesse. Ja, danke. Was ist das hier? Boah, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Hier ist noch ein Medikin. Wo? Lade nach. Hier. Ach da. Oh ja. Ob ich das jetzt mal nehmen sollte? Ja, wa? Nee. Ich muss mich kurz heilen. Wollen wir hier. Das wäre nur wieder... Sprengen zu. Okay. Oh ja, schrengen Sie. Guter Schuss. Lade nach. Oh ja, nice. Oh oh. Ah. Dafür sind die da. Genau. Weil die von diesen Piepen angelockt werden wahrscheinlich, ne? Genau. Lohnt es sich jetzt? Nee, noch nicht, ne? Mit der Rohrbombe? Ja. Wahrscheinlich erst wieder... Nee. Sprengen Sie. Oh, jetzt? Nee. Okay. Wo ist denn hier hoch? Wo ist denn hier hoch? Hier hinten. Ach, da hinten ist der. Ich lade nach. Und ich springe erst mal voll daneben, weißt du? Guten Morgen, die Damen. Hier ist ihr Weg-Service. Ihr freundlich zuverlässiger Weg-Service. Ich bin gefesselt. Ah. What the? Die sagten auch noch cool, die blöde Kuh. Ohrbomben. Winzling. Ich will das Ding hier nicht auf mir. Winzling. Das Ding sitzt auf mir. Ach, wart. Was ist das hier? Paddel. Ich guck mal. Ist hier irgendwas? Ach, hier müssen wir wahrscheinlich lang. Oh, oh. Ein Fetty. Lade nach. Wir haben einen Code Fetty hier. Das war ein Bär-Ferfer. Eine Frage. Wie lange genau sind die hier alle schon infiziert, dass das so schnell ging? Keine Ahnung. Ja, hui ja, Volltreffer. Hier geht's runter zum Waffenladen. Oh, okay. Cool. Ich hab euch meinen Weg freigemacht, ne? Ich bin die VR-Bank. Wir machen den Weg frei. Lade nach. Äh. Und wir rennen. Lade nach. Warum stehst du noch da oben, Vincent? Lade nach. Was ich gesehen hab. Warte mal. Da machen wir jetzt Charger, Boomer, Witcher, Spitter, Hunter, Smoker, Joki. Alles. Sind alles Spezialzombies aus Left 4 Dead 2. Da hat doch wohl jemand bei Wikipedia geguckt. Uh, nice. Aber die können wir alle nicht. Ach, klar. Ja, aber die können wir alle nicht. Alter. What the fuck. Munition. Aber wir können aber bloß eine nehmen, oder? Das ist doch kacke. Was ist denn ein Combat Shotgun? Ne, die hat mir zu wenig Muni. Sniper. Was ist das hier? Ne, das war die. Äh, wo ist denn meine alte Waffe? Ne, das ist die auch nicht. Hä? Ja, schön, aber... Ah, hier müsste die sein, ne? Ja, 56. Und hier? Uh. Ey, hier sind Visiere. Wie nice ist das denn? Hey, Rochelle. Soll ich dir mal mein Visier zeigen? Was? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Taktisch? Ja, okay. Sag mal, gibt's... Oh, hier ist noch ein... Hier ist Verbandszeug! Äh, ich heil mich mal, ne? Ja? Wieso? Du bist fast voll. Ne, ich bin bei... Ich bin bei 48. Ach, das tut gut. Aber ich hab hier noch eins liegen gehabt. Das hab ich jetzt einfach mitgenommen. Okay. So. Willst du weiter? Ja. Hallo. Ich hab mich mit vorhin auf dem Dachverbarrikadiert. Aber hab leider Cola vergessen. Mein Angebot. Wenn ihr aus den Lasentum Cola besorgt, mache ich euch den Weg zum Einkaufszentrum frei. Sir, für dieses Gewehr bin ich bereit, einen Cola zu beschaffen. Nur das Versprechen, Sie gut einzusetzen. Okay. Mhm. Ich hab jetzt gerade im Chat gelesen. Hier hab ich gerade gar nicht aufgepasst. Was will er? Coca-Cola. Haben wir eine Cola? Vielleicht. Hier müssen wir rein, oder was? Ne, hier kommen wir nicht rein. Da hinten. Öffnen Sie die Ladentür. Ah. Ich glaub... Achso. Mach doch mal. Ja, ich... Mach mal. Sie kommen! Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich glaub, da kommt immer mehr, oder? Hoppla. Sorry. Äh, Vincent, wo bist du? Ich bin schon fast da. Oh, schön. Oh, schön. Komm ich hier irgendwie hoch? Wie kommt man denn hier hoch? Außen rumlaufen. Wo rumlaufen? Aus dem Laden raus, links. Aus dem... Und dann wieder rechts rum. Warte mal, aus dem Laden raus, links, rechts, hä? Links und dann rechts, achso. Ah, okay, hier. Warte mal kurz, kann ich das... Achso, das Ding ist schon in die Luft, okay. Lade! Lade nach! Ich finde, dieses Laden nach, das hier mal brüllen, ist überhaupt nicht laut, oder so. Hä? Nein. Warte mal, was ist denn hier drin? Kann ich... Habe ich hier noch irgendwas? Munition oder so wäre immer ganz... Wir kommen nicht mehr zurück, ne? Ja. Ja? Wo denn? Ich glaube schon, hier. Ah, Moment. Moment, ich folge dir. Ah, cool, okay. Ja, okay, alles klar. Ich habe nämlich gerade ein bisschen was verballert. Wobei ich gerade überlege, ist die so gut, wie ich immer dachte? Was ist das? So, wo müssen wir jetzt lang? Oh, aua. Äh, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Er wollte ja auch wieder den Weg freimachen. Ähm, Dani schreibt gerade, ähm... Lass Kevin mal besser die Quest-Items immer holen. Vincent ist der bessere Schütze. Und du sollst dich immer so vorrinnen, weil du pullst die sonst. Ja. Danke, sieht man ja. Was? Ich bin hier und gucke, wo wir weiter können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, aber wie es aussieht... Was? Wow. Wow. Da wollen wir mal unten gucken. Hm, ja, also, warte mal. Du hast ihm jetzt die Cola gebracht, ne? Ja. Und der wollte uns den Weg jetzt zum Einkaufszentrum freimachen, wenn mich nicht alles täuscht. Wichtig. Haben wir eine Map? Ne, haben wir nicht. Aber der ist da oben auf dem Dach. Hat der sonst noch irgendwas gerade gesagt, als du... Nö. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. Jetzt war es doch ein bisschen kalt geworden. Ähm. Hier ist ne Witch. Dani sagt gerade, müssen wir nicht zu diesem Zaun zurück. Wo ist ne Witch? Wo bist du denn schon wieder? Ich bin unten. Alter. Wo... Oh nein, nicht schon wieder. Was? Oh, hallo. Wie kann ich denn den... Oh. Da hing gerade noch ne Zunge runter. Ähm, Dani meinte, wir müssen... Zu diesem Zaun zurück. Hast du gerade die Witch eingeschossen? Ne. Schieße nicht freiwillig ne Witch an. Ja, das hab ich... Hm, danke übrigens, dass du mir das vorhin gesagt hast. Oh, guck mal jetzt... Ne, guck mal jetzt hier frei. Wir können hier durch. Oh nein. Komm weg da. Was? Wo ist die? Wo ist die? Du hast die Witch aufgeschreckt. Ja, ich hab schon Schlimmeres gesehen. Ha. Oh. Ich lade nach. Sehr verbunden. Weißt du, wie das gerade so ein bisschen... Ach was. Halt still, ich will dich verraten. Ja, halt still, Mensch. Hm, das hat gut reingehaut. Ähm. Was ich gerade sagen wollte war... Weißt du, woran mich dieses Schussgeräusch der Waffe hier erinnert? Ne. An diesen, ähm... An diesen Kadettenmarsch. Düm, 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 düm. So schießt die nämlich. Oh. Hallo. Hast du schon. So, die da... Hä? Hä? Wer lacht denn hier so? Das war so ein Jockey. Lade nach! Lade nach! Also, meine ganz doofe Frage. Was? Also so ein Jockey, der springt auf dich drauf? Eins ist sicher. Das sind die kleinen Blätten, die sind dran. Was ist das denn? Was waren das? Keine Ahnung. Splittergranaten. Oh. Oh, nice. Cool. Oh, cool. Splittermunition. Ich hab Sprengen... Oh, geil. Na dann wollen wir mal weiter... Was? Was? Wo ist er? Wo ist er? Wo? Lauf, lauf, lauf! Ja, lauf mir doch nicht immer in die Flinte, du Pussy. Von hier kommen noch welche. Ja, hier sind auch noch welche. Oh, hallo. Ferti. Nice. Umfallen. Danke. Wart, wo? Wart, wie? Wer? Jetzt guck ich einmal hier ganz kurz. Aber knapp war's. Hier ist das Safehaus. Oh, ah, alles klar. So, kommst du rein? Oh. Dani schreibt gerade, oha, lässt er sich einmal von anderen Frauen befummeln. Ich glaube, es hackt bei ihm. Hat dem Tank am meisten Schaden zugefügt? Ich natürlich nicht. Aber du, äh, mit 1100. Witchjäger. Hat der Witch am meisten Schaden zugefügt? Yeah, ich bin ein Witchbitch. Eine Witchbitch. Vielleicht evakuieren die weiter hinten. Mach mal die Tür bitte noch nicht auf. Ja. Ich würde mal kurz eine kaufen. Oh nein, ist das dein Ernst? Ja. Ja, hier kann doch nichts passieren. Ach so, okay. Na gut, okay. Ja, ja, dann mach mal. Also hier kann dir noch überhaupt nichts passieren. Dann, ähm, gehen sie mal eine rauchen. Oh, das tut gut. Zack. Aber diese Medikids bringen irgendwie gar nichts, hab ich das Gefühl. Ja klar, machen, dass du nicht mehr blutest. Ach so, okay. Na, dann los, komm. Komm, eine Minute 49, wir zählen. Ja. Hm, hm. Schneller? Hm, hm. Heute nicht. Heute ist Sonntag. Nee, heute ist Samstag. Ich weiß. Was ist das hier? Oh, sorry. Aber, warte mal, ich hab hier ne Sniper und da kann ich nicht durch Zielfernrohr gucken, oder was? Boah, nee, hier kannst du nicht durch Zielfernrohr. Na, dann brauch ich die ja nicht. Dann nehm ich lieber hier meine... Oh Mann. Wenn ich mich zu lange nicht bewege, spielt ein anderer. Ja, aber der läuft ja hier nur rum, oder nicht? Hm. Mann, ich steh auf Einkaufszentren. Waren mal in einem in Atlanta und da haben irgendwelche getanzt für Geld und so. Hm, hm. Okay. Ja, alles. Geht's auch später. Okay. Solange ich die Tür nicht aufmache, dürfte ja nichts passieren, ne? Nein. Okay. War sogar 1,42. Alles klar. Nee, dann geh erstmal rauchen. Ich bleib hier so lange stehen und, ähm... Jo, das gleich. Wer klatscht denn da mit? Und Dani? Moment. Ach ja, Moment. Moment, äh... Ach ja. Okay, dann mal, ähm... Oh, ja. Pass mal auf, ich muss mal ganz kurz hier rüber wechseln. Mal ganz kurz hier rüber wechseln. Ähm, weil wir bekommen nämlich heute nachher noch Besuch von Master Jube. Ist nämlich noch da dann. Und... Der will ja hier auch... Äh, der will ja nachher auch mit uns sprechen. Gucken wir mal auf... Aber, ne, das ist... Jetzt muss ich aber erstmal gucken... Okay, das ist es schon mal nicht. Ähm... Das ist es auch nicht. Ich sag ja, einmal mit Profis hier arbeiten. Okay. Ach, hab ein Oberschenkel-Solo gegeben. Hab mir auf die Oberschenkel-Klatsch. Das dachte ich mir fast, dass du das gewesen bist. Das hab ich mir fast gedacht. Aber dann können wir mal ganz kurz hier... Zack. Mal zurückwechseln. Wir sehen ja momentan eh nix, aber... Moment, F. Inaktiv. Guten Tag, Mr. Inaktiv. Warte, ist das hier nochmal? Ist das hier meine... Oha. Achso, ne, die ist ja doof. Moment. Hä? Die will ich haben. Danke. Hä? Äh, was macht der denn hier? Lad ihn ab. Oh Gott, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da wirklich rein will. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da wirklich rein will. Na klar willst du da rein. So, da bist du ja wieder. Ähm, ähm... Moment, warte mal kurz. Kannst du mir mal ganz kurz die Daten für TeamSpeak schicken? Mhm. Weil ich möchte die gerne an Marcel weitergeben. Kommt er heute doch, ja? Ja, der hat mir gerade geschrieben, dass ich die Daten nicht vergessen soll. Äh, Jessi hat gerade geschrieben, wie wir es finden, dass, ähm, dass wir wieder zur Schule sollen. Dass sie wieder zur Schule sollen. Ich finde das nicht so. Ich finde das nicht so geil. Okay, warte kurz. Ich glaube, ich fotografiere das mal besser ab hier. Oh. Ich bin inaktiv. Alles klar. Ich bin auch gleich, ich bin auch gleich, ich bin auch gleich wieder da. Okay, pass auf, ich, ich, äh, ich, äh, ich gehe mal ganz kurz weg, weil ich habe vergessen, mir was zu trinken zu machen. Ja, macht es. Äh, warte mal kurz, ich muss ganz kurz gucken, was hat die hier geschrieben? Äh, ich schreibe Dienstag Prüfung. Hier, ich lasse euch so lange hier, ähm, ne, Moment, das war das Falsche. Äh, das ist die Kamera. So, ich mache mal ganz kurz die Kamera aus. Ihr könnt euch hier gerne umgucken. Mass, äh, Orte, würde ich ganz kurz unterhalten, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Hört, hört man mich? Eins, zwei, Test, eins, zwei, Test. Eins, zwei, Test. Alles klar, gut. Ah, so, da bin ich wieder da. Moment, einmal ganz kurz noch einen Schluck hier, hm? Cheers und so, ne? Und... Okay. Ja, bereit, wenn du es bist. Okay. Moment, warte mal, ich... Munitionsvorrat ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ist eine gute Idee. Gut. Soll ich voran? Kannst du machen. Wo ist er? Na, hier hinter. Ja. 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 Vielen Dank.